Darum, 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 darum. Einen wunderschönen guten Hallo miteinander. Ich habe dieses Video bei irgendjemandem irgendwann mal gesehen, aufgeschrieben. Jetzt habe ich es wieder gefunden, die Idee, und ich weiß nicht mal, von wem sie ist. Joa, so professionell bin ich unterwegs. Deswegen, Credits, gerne in die Kommentare. Und zwar werde ich heute ein Championat gehen. Wir sind jetzt mit dem Radial-Championat und ich werde mir vom Verlierer dieses Championats das Pferd kaufen. Wenn ich das Pferd schon haben sollte, eins irgendwie doppelt kaufen ist nicht mit drin, würde ich dann einfach den Platz von davor nehmen. Also zum Beispiel den Vorletzten, den Vorvorletzten, je nachdem. Oder wenn ich selber Letzter werde, wäre ja auch miese Brise. Zum Beispiel hier den Pasophino, den haben wir schon. Das Pergero da hinten auch. Ich glaube der Haarflinger auch, das weiß ich jetzt nicht sicher. Ich schreibe mir mal mit auf. Es ist der Haarflinger, den ich habe? Ich glaube ja. Ne, ich habe den Heller, den ich habe den reinen Palomino, ne? Boah, bin ich überfragt. Ich schreibe mir mal alles mit auf. Das ist der mit der Schnippel. Weil es kann ja immer jemand rausfliegen und dass ich alles sicher drauf habe, schreibe ich mir das fleißig auf. Ich bin ehrlich, das Video habe ich schon mal aufgenommen. Da hätte ich mir dieses braune belgische Warmblut holen müssen. Das fand ich so toll. Da habe ich mich darüber gefreut, bis ich gemerkt habe, die Aufnahme ist gar nicht da, weil meine Festplatte voll ist. Das hat mich sehr traurig gemacht. Also ich möchte der Dakota auf jeden Fall nichts Schlechtes wünschen, um Gottes Willen. Aber, ähm, aber es gibt so einige Kandidaten, da würde ich schon gerne drauf verzichten. Ähm, nichts gegen das schwarze Pergero, aber wenn ihr das Video von gestern gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich nicht so der größte Fan vom schwarzen Pergero mehr bin. Mir gefallen tut der Pasophino. Der Pasophino, äh, das Pergero. Ähm, bei dem Haarflinger bin ich mir total gerade unsicher. Oder diese Isländer da hinten, der Pindu-Araber, ähm, der Araber. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt das Pony da hinten... Man hat halt schon viel, das American Paint, ähm... Ey, 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 mach die Dame, ne? Also eigentlich hoffe ich am wenigsten gerade auf diesen Malvary-Tiger schicken. No Front. Aber ist nicht so mein Fall. Warum hat die keine Ausrüstung drauf? Will die mich hops nehmen? Hoffen wir einfach mal, dass wir nicht Letzter werden. Das wäre nämlich auch irgendwie nicht so cool. Aber bei dem Pasophino bin ich eigentlich ziemlich optimistisch. Also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Oh nein, da hinten kommt noch ein Araber. Den finde ich auch gar nicht so toll. Ah. Einige sind jetzt weggeploppt. Ich denke, es gibt zwei Gruppen. Warum habe ich jetzt überhaupt noch ein Pferd, das ich nicht habe, außer den Malvary und den Gratzpächer. Scheiße. Oh, der Dunkelbraune ist auch wieder mit dabei. Und die hat mir noch der schwarze EVP. Oh nein, oh nein. Oh Gott. Okay, es wird... Es bleibt spannend. Ähm... Okay, ich weiß nicht. Ich hoffe, ich fliege jetzt nicht eher raus. Sonst werden wir es nicht herausfinden. Ähm... Aber das machen wir schon gut. Es gibt da nur diese eine Stelle. Ich glaube, die kennen wir alle. Da weiß ich immer noch nicht, wann ich springen muss. Vielleicht habt ihr mir da irgendwie eine Idee. So, da kommen wir gleich. Aber ansonsten, ich bin ein bisschen... Jetzt bin ich nervös, weil ich hoffe halt wirklich. Weil ich habe bisher noch so viele Pferde zu leveln. Das sind vier Letzte. Wir sind einfach Letzte. Na super. Nein, nein, die Katja dreht um. Und... Nein, oh nein, oh nein, oh nein. So, ob sich das jetzt wirklich fast zwischen dem Pergeron und dem Mavarian-Scheid. Ich breche ab. Ich breche. Oh weia. Ja, da kriege ich schon ein bisschen Muppensausen. Aber diese Stelle hier meine ich. Wo spring ich da? Das war besser als sonst, weil sie bei mir stehen. Oh, Jesus. Nein. Okay. Ja, mir fehlen gerade die Worte. Und das bleibt spannend, wirklich. Ich kriege hier gerade Gänsehaut. Meine Stimme ist gerade auch schon total weg. Ich weiß nicht, was hinter mir ist. Ich will es auch gar nicht wissen im Moment. Ich will ins Ziel kommen und dann einfach abwarten. Ich könnte mich jetzt... Nee, ich lasse es nicht. Ich drehe mich jetzt nicht um. Das ist das Schwachsinn. Herrgott, schaffst du es nicht? Herrgott, sagt sich fix. Durchatmen. Wie viel haben die jetzt nochmal gekostet? Wie viel haben die Pergerons gekostet? Nicht über 900, oder? Oder? Die Mavaris glaube ich nicht. Die Stimme, kommst du bitte zurück. Danke. Die Mavaris haben, glaube ich, irgendwas mit 800 gekostet. Aber es tut halt trotzdem weh. Es schaut nicht gut aus. Es schaut nicht gut aus. Ich... Ja, weiß nicht. Ich weiß nicht. Die zwei Percherons stehen da. Beruhigend. Ich habe es gar nicht gesehen, dass sie mich überholt haben. Da kommt der Mavari. Oh nein. Warten wir auf jemanden? Ich glaube, wir warten. Nee. Ich glaube, es ist der Mavari, weil die anderen... Nope. Es ist das Pergeron. Die Katja hat es nicht ins Ziel geschafft. Ich dachte, die wäre nämlich vor mir ins Ziel. Tatsächlich nicht. Habe ich mich nämlich nicht getäuscht. Es ist der schwarze Pergeron. Wir haben gestern noch darüber geredet, dass ich das nicht so gern hätte. Es tut mir leid, Katja, dass du es nicht geschafft hast. Ja, es gibt Schlimmere. I would say, es ist Erwachsen. Es ist ein Hengst. Oh, das ist aber mal alles ein Hengst. Es ist ein Wallach. Wie nennen wir es? Ich habe nämlich nicht geguckt, wie die Katja ihr Pferd genannt hat. Sonst hätte ich es genauso danach genannt. Ich weiß nicht, was Basalt heißt. Basalt. Das ist eine Gesteinsart. Das passt ja voll. Ein vulkanisches Gestein. Das ist relativ dunkel. Ja, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber dann würde ich das Pferd so nehmen, weil das war gerade absoluter cooler Zufall. Let's go for it. Es bringt nichts zu warten. Ich wollte es mir ursprünglich holen, bevor ich mir damals den braunen Percheron geholt habe. Das Outfit steht ihm wirklich. Er ist mir zu schwarz, er ist mir zu langweilig. Vielleicht finde ich ja... Ne, ich will keine Filterdingsbums da machen. Finde ich ja irgendwelche Details, wo ich sage, jo, kann ich mit leben. Es ist halt ein Rappen. Ein reiner Rappen. Aber was sagt ihr? Steht mir dieses Pferd. Habt ihr dieses Pferd? Würdet ihr euch das holen? War es ein Fehlkauf? Oder hat es sich gelohnt? Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund. Und ciao Kakao. Bis zum nächsten Mal.